Hallo Masters-Fans, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen bei Giganten-Fantum. Ja, ich möchte euch wieder etwas Tolles aus der Motu-Welt zeigen, denn seit letzter Woche hat die Drogeriefachmarktkette Müller hat aus der Masters of the Universe Origins Reihe Moskitor im Sortiment. Oh, Moskitor, das blutsaugende Wesen von der wilden Horde, ja, gibt es seit letzter Woche auch in diesem besagten Markt zu kaufen. Ich hatte euch ja diese Figur schön geunboxt, denn unser Zuschauer Boris hatte mir diese Figur zukommen lassen, weil er diesen US-Import hatte, er irgendwie doppelt dreifach und wollte mir diesen geben. Doch mal vielen Dank und schöne Grüße nach dir hin, Boris. Und den habe ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne angenommen. Und aus diesem Grund habe ich mir mal gedacht, wir werden die Reihe, die ich schon bei Fenders Sammlermagazin ins Leben gerufen habe, Eternia Battle, Vintage vs. Origins, werde ich ab sofort, denn hier, so habe ich es mir gedacht, hier bei Giganten Phantom fortführen. Das heißt, ich werde den Vergleich wagen zwischen dem neuen Origins Moskitor und dem Vintage Moskitor. Im ersten Moment unterscheidet sich ja nicht so viel. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man schon Unterschiede. Und die werden wir uns jetzt auch zusammen angucken. Wir werden auch ankommen und dann uns das angucken. Und dazu wünsche ich euch für die nächsten Minuten viel Spaß. Bevor ich das Unboxing mit Moskitor beginne, muss ich leider Abschied nehmen. Ja, Abschied nehmen von der Original-Schlange oder auch Drache. Man weiß nicht ganz genau, was es sein sollte, irgendetwas dazwischen. Auf alle Fälle war dieses, war unheimlich und gefährlich für die Gegner, die hier bei der Fright Zone eingedrungen sind. Ja, die fungierte auch als Handpuppe. Ja, ist, wie man sieht, total zersetzt. Nach über 30 Jahren hat auch hier der Zahn der Zeit genagt. Und ja, die kleine Handpuppe hier, die als Drache, wie gesagt, oder aber auch als Schlange fungierte, ist damit wohl vollkommen hinüber. So, falls ihr eine neue habt, dann könnt ihr euch mit mir in Verbindung setzen. Ich würde gerne mir einen Original-Drachen nochmal holen. Es ist sehr schade. Das wollte ich nur mal hier am Rande mal erwähnt haben. Ja, da steht er vor dem Kerker der Fright Zone. Aber das täuscht. Er ist kein Gegner von Hordak und seiner wilden Horde. Nein, er gehört zu ihnen. Moskitor war einer der letzten Figuren der Toyline aus den 80ern, die erschienen sind. Deswegen ist er auch für viele heute auch so wertvoll und selten. Wie sein Name schon verrät, ist Moskitor ein Insekt. Ein fürchterliches Insekt für seine Gegner. Denn er kann mit seinem Rüssel, kann er seinem Gegner Blut entziehen. Dieses Blut kommt vorne, man sieht es am Brustpanzer, kommt dieses denn in seinem Körper an und er gewinnt die Energie des anderen. Dieses tolle Action-Feature hat hinten bei der Figur einen Knopf. Sieht man ihn hier, den Knopf? Wenn man ihn betätigt, Moment, fließt hier das Blut. Ein sehr schönes Gimmick. Sieht ihr das? Da kommt das Blut. Der Gegner wird gerade ausgesogen. Eine tolle Blutpumpe. Und weil sie so brutal aussieht, war sie in einigen Ländern sogar verboten in den 80ern. Es schaut ganz danach aus, als Moskitor schon hier beim Drachen alles lebensenergiemäßige entzogen hat, oder? Als Zubehör bringt Moskitor einen lila Blaster mit. Ja, seine Moonboots in Silbern mit einem roten Dreieck. Er sieht schon ein bisschen so nach Raumfahrt aus. Hier, seine stechenden Augen. Oh, da hatte ich schon wirklich damals Angst, wo ich ihn in den Werbeprospekten gesehen habe. Aber als Kind hatte ich ihn komischerweise nie. Eine wirklich unheimliche und brutale Figur. Da kann sich wirklich Hordak glücklich schätzen, ihn bei sich in der wilden Horde vorzufinden. Wir kommen nun zur Origins-Version von Moskitor. Ja, da hat sich Mattel mit der Figur, die im September 2021 erschienen ist, hat sich da wieder richtig schön ans Original von damals, von 1987, gehalten. Hier seine stechenden Augen aus dem Helm, ja, mit seiner langen Schnute, ja, genauso wie damals. Aber das Schöne daran ist es mal wieder, diese Deluxe-Figur hatte wieder so viel Zusatzmaterial, dass man unter anderem auch einen Wechselkopf beigefügt hat. Und zwar Moskitor ohne Helm. Zack, ist er aufgesetzt. Und ja, sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich bevorzuge doch eher Moskitor mit seinem Helm-Wechselkopf. Was meint ihr? Zudem hat er natürlich hier auch, wie aus den 80ern, einen Blaster mit dabei in lila. Im Deluxe-Set ist noch eine auswechselbare Hand. Damit kann man ihm zwei Blaster in Händen drücken. Was Moskitor noch mitbringt, was ich richtig cool finde, ist, ist seine rote, tödliche Spucke. Damit kann er zum Beispiel, wie hier Fisto, kann er einspucken und sein Blut entziehen. Oh, ein richtig geiles Action-Feature. Diese rote Spucke besteht aus einem weichen Gummi und lässt sich um jede Figur locker anlegen. Von hinten oder aber auch von vorne. Ja, sieht richtig mega cool aus und eignet sich gegebenenfalls, falls mal die Beine locker werden mit der Zeit, auch als Stand. Auch hier seine silbernen Stiefel mit dem roten Dreieck sind ebenfalls vorhanden wie damals. Was ich sehr schön finde, ist, dass Mattel auch hier dieses Action-Feature beibehalten hat. Seine Blutpumpe. Genauso wie in den 80ern kann hier Moskitor seinen Gegnern die Energie entziehen und ihr Blut speichern. Auch hier ist ein Knopf. Man dreht um und dann kommt dieses fürchterliche Action-Feature zum Zuge. Ach, ein richtiges Highlight. Auf der Verpackung nebenbei ist sogar ein Warnhinweis, wie man umgehen soll, wenn diese Flüssigkeit austritt. Dann raten Sie dazu, diese Figur wegzuwerfen. So, die beiden Figuren im direkten Vergleich. Links Vintage, rechts Origins. Ja, beide Köpfe sind richtig cool. Man muss aber sagen, dass der Origins-Kopf ein wenig länger ist als der Vintage-Kopf. Die Blutpumpen vorne auf dem Brustpanzer ist beim Vintage breiter als beim Origins. Beim Origins ist er schmaler. Und das Problem kennt man ja noch bei Battle Armor He-Man und Battle Armor Skeletor. Da waren die Brustplatten bei der Origins-Version auch wesentlich schmaler. Hat sehr wahrscheinlich was zu tun mit den Armen. Ja, hier die gleichen Stiefel. Da hat Mattel ja weiter dran festgehalten. Beide Blaster mal im direkten Vergleich. Also, die sind eigentlich auch voll identisch. Nur natürlich bei der Origins-Version ist dieses Lila ein wenig heller als beim Original. Hier die Rückansicht ist auch nicht wesentlich was anders. Nur, dass die Vintage-Version ein wenig muskulöser daherkommt. Ja, auch wie ich es bei Fenders Sammlermagazin immer gemacht habe, bei unserem Eternia Battle, lasse ich mal den Nostalgie-Erinnerungsfaktor mal weg. Erstens gibt es nicht ihn bei mir für diese Figur, weil ich sie als Kind nicht hatte. Aber es wäre ja auch unfair gegenüber der neuen Origins-Figur. Ich muss sagen, das ist eine sehr gute Alternative wieder mal. Ja, wie immer eigentlich die Origins bei Mattel so sind. Weil die erinnern wirklich fast zu 90 Prozent an die Figuren von damals. Auch sehr schön, dass hier an einem Action-Feature gedacht worden ist. Weil da hat es Mattel zurzeit nicht so. Ich habe jetzt gehört, das werde ich mal nachgehen, sobald ich die Figur von Stinkor in Händen halte von der Origins-Variante, der soll gar nicht riechen, wie so Mattel es angekündigt hatte. Ich habe auch Verpackungen gesehen, auf amerikanischer Karte, da wird extra darauf hingewiesen, dass er riecht. Doch Leute, die diese Figur haben, sagen, der riecht null. Da bin ich mal gespannt, wenn ich ihn in den Händen halte, ich hoffe, es wird in ein paar Wochen soweit sein, dass ich mal diesen Schnüffeltest mache. Ja, und hier, wie gesagt, diese Blutpumpe, da kann die stundenlang rumpumpen. Megacool. Klar ist natürlich leider hier auf der Brust die Blutpumpe leider zu schmal geraten. Jetzt fällt mir schon runter, der Blaster. Ja, wenn man hier guckt, bei der Original-Vintage-Version, die ist natürlich viel breiter. Sagte ich eben schon mal, ja, das sieht natürlich ein bisschen noch spektakulärer aus. Aber trotzdem schön, dass es auch diese nun auch bei der Origins-Version gibt. Ich kann ja stundenlang rumpumpen. Ja, diese Figur war ja, die Vintage-Version war ja dieses Jahr mal die Figur des Monats bei Giganten, das Fan-Magazin. Und hier der Moskitor ist ja aktuell in der Oktober-Ausgabe von Giganten ist er wieder die Figur des Monats, weil ich diese Figur so richtig geil finde und die es auch wirklich verdient hat, auch im Oktober unsere Figur des Monats zu sein. Die Blaster, habe ich auch schon gesagt, sind identisch. Ja, nahezu identisch. Sind identisch. Sehr schön. Klar, Farbgebung ist natürlich ein bisschen heller. Was natürlich ein Pluspunkt bei den Origins ist, dass er natürlich viele Gelenkpunkte hat. Das muss man auch zuzollen. Das hatte die Figuren, hatten das damals ja nicht so. Man kann hier die Sachen austauschen. Auch dieses massive Zubehör. Schon alleine hier. Moment. Hier dieses Spuckding. Hier dieses Ding, wo man die Gegner wirklich hier anspucken kann. und rausziehen kann. Das kann man sogar auch hier machen. Moment. Mal auch so eine Variante hier. Moskitor greift Moskitor an und zieht sich sein Blut raus. Das finde ich ein richtig geiles Action-Feature. Gab es damals in den 80ern gar nicht. Gut mit der Wechselhand. Muss da bei den Origins eine Wechselhand mit dabei sein. Okay, wenn man zwei Blaster haben möchte, die er nicht dabei hat. Okay, aber die Wechselhand war für mich total unsinnig. Die gehört nicht dazu. Auch hier leider, was Nachteil ist, wie bei allen Origins, es gibt keinen Hüftschwung. Leider leider nicht. Aber man kann ihn 360 Grad drehen. Also, ich fasse zusammen. Also mit dieser Figur macht ihr mal gar nichts falsch. Das ist wieder eine richtig gelungene Figur. Also wie bei allen Origins-Figuren. Sie hat auch einen guten, festen Stand. Ist auch mega wichtig. Weil alle Origins-Figuren, das hatten damals auch die Vintage-Figuren der weiblichen Form, die haben alle so Standprobleme. Ja, also da dauert es schon ein bisschen länger, die richtig zu positionieren, die Damen. Aber bei den Herren, ja, oder bei den Monstern, ja, klappt das immer. Weil er auch hier etwas dickere Füße oder, ja, Fußsohlen hat. Deswegen klappt es auch so sehr. Naja, was haltet ihr von dieser Figur? Habt ihr sie mittlerweile auch schon? Ähm, ich würde diese Figur locker, also die kann locker mithalten mit der Vintage-Figur. Auf alle, 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 alle Fälle. Muss ich sagen, auch wenn sie hier ein bisschen muskulöser ist, als hier diese etwas sportlichere Variante. Toll. Also ich kann nicht richtig sagen, was gut und was besser ist. Einfach beide grandios. Ja, könnt ihr gerne, wie gesagt, unten reinposten. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr dieses noch nicht habt. Ich werde jetzt hier noch, hier die Reste des Drachens werde ich entsorgen. Und falls ihr noch einen originalen Drachen zu Hause habt, der unbeschädigt ist, und ihr denkt, ja, der mag, der könnte für seine Fright Zone, könnt ihr noch diesen Drachen gebrauchen. Meldet euch über Facebook oder auch bei Instagram unter bumo.tv bei mir. Dann werden wir bestimmt uns über den Preis einig. Bis dahin, bleibt auf alle Fälle gesund und vor allen Dingen bleibt weiterhin sammelwütig. Da sehen wir uns auch beim nächsten Video hier wieder auf bumo.tv. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.